Und damit ein herzliches Willkommen hier in Nagasaki. Zunächst das Spiel der Verwahre Nagasaki gegen Shimuzu S. Puls. Ja, Rolf Huss und Frank Buschmann sind zurück nach Deutschland gereist. Die hatten keinen Bock hier drauf. Und jetzt geht's ab. Oh, die Flanke war ja mal... ...richtig, richtig schlecht. Hoppala. Schuss daneben. Wieso trägt denn der jetzt Handschuhe? Hat doch vorher keine Handschuhe getragen, der Vogel. Ich stand frei. Hi. Ah, meine Dribblingskünste sind nach wie vor... ...unglaublich. Und... ...kopfball daneben. Daneben, daneben. Aber über die obere Seite wollen sie nicht gehen. Kommt mal zu mir, schickt sie zu mir, schickt sie zu mir, sprach Gimli der Zwerg. Das war ja wohl... ...nicht's, ne? ...wieso... ...wieso? 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 So, und jetzt Lauf! Und Schuss! Ich möchte mal wieder ein Tor schießen. Kann sein, dass wir jetzt auch verlieren. Ich glaube, wir sind auch schon am vorletzten Spieltag oder sogar schon am letzten Spieltag der japanischen Liga. Ja, ja, schönes Passspiel. Bringt mir nur nichts, wenn der andere den dann versemmelt. Ja, Herrgott, leck mich am Arsch mit deinem blöden Stellungsspiel. Ja, war klar. Ja, dann mach ich einfach einen Pass und schon hab ich's wieder raus. Ha, 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 ha. Lauf! Wenn der jetzt ausgeht, dann hätte ich nämlich ein Problem. Chong-Tee-Se. Hong-Ting-Ting-Jang-Jong. Ich zeige noch einen Spieler, der Tilan heißt. Ach nee, Moment, das ist ja eine Frau. Also, Tilan-Party. Tilan-Party. Oh, Honda. Ich glaube, unsere Gegner sind Vampire. Die wollen nicht so gerne in der Sonne. Die bleiben immer unten im Schatten. Da stand jetzt aber der Raph im Weg. Schiebung! Oh, ganz schlechter Pass. Jawoll! Ah, aber Ecke. Immerhin. Okay, ich steh hier mittendrin, ne? Elfmeter, 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 Meta, Meta, und... Ne, nun, es bleibt bei einer Ermahnung. Guck mal, ich will auch Elfmeter schießen. Tor! Tor! Oh, mein Freund, mein Freund. Chiro! Huh, 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 huh. Ja, komm, das ist ein FV-Tem. Muss man nicht in der Wiederholung sehen. Aber neun Tore? Nee, schlecht. Das ist nicht schlecht. Oh, shit, 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 shit. Sind mir der Trainer wieder böse. Also wie immer. Er hasst mich. Weil ich kein Japaner bin. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ja, sorry, Mr. Thorwart. Abpfiff, Abpfiff. 1 zu 0 für Nagasaki. Oh, da ist er. Ong, zing, zang, zung. Oder wie auch immer. Ich habe einmal im Mittelfeld den Ball verloren. Ein einziges Mal. Und der Trainer direkt, du verlässt so oft im Mittelfeld den Ball. Weil der ist rund. Ach, jetzt gehen sie oben rum. Er ist ja merkwürdig. Scheiben wohl die linke Seite bei denen stark ausgeprägt zu sein. Ja, geht ihr mal da drauf. Oh, ich habe ihn umgeholzt. Lauf, Kleiner, Mann! My bad! Oh, die gehen mit ihrem Kurzforspieler allmählich auf den Sender. Ah! Immer dasselbe mit denen. Das war schön. Ja, das war ja wohl nix, ne? Okay, war ein schlechter Pass. Never mind. Der hat noch den Fuß dazwischen gehabt. Gott, dieses helldunkel, das irritiert. Jetzt stört sie doch mal. Moment, ihr Kind. Da, 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 da. Okay, das war ein Schüsschen. Na, das war ja wohl gar nix. Ach, Leute, was macht ihr denn da? Sag mal. Die sind doch Banane im Kopf, ne? Richtig Banane im Kopf. Nein. Okay, das war ja wohl. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt ist es ein guter Weg. Das war aber nicht im Mittelfeld. Falls der Trainer am Ende wieder rumstenkern will. Okay, schlechter Pass. I know. Aber der Gegner war mit dem Fuß dran. Ich hätte auch zu mir spielen können. Obwohl ich hätte es wahrscheinlich ansagen müssen. Dass die NPCs hier auch nichts gebacken kriegen und nicht dran denken. Egal, das Spiel ist gleich durch. Eine kleine Zitterpartie. Warum die jetzt auf Zeit spielen, verstehe ich zwar auch nicht, aber... Ah, was ist denn los heute? Kriegt ihr heute überhaupt noch was geschießen? Da steht man passig. Jawohl! Tor! Ich hab ein Tor gemacht! Yeah! Hu! Ha! Hu! Ha! Hu! Ha! Hu! Ha! Das krieg ich im Leben niemals hin. Ich hab ein Tor gemacht! Ich hab ein Tor gemacht! Da hab ich auch am Kopfball. Uh, das ganze Träger hat sich gelohnt. Jetzt nochmal zum Genießen. Und schab... Bims! Nicht im Fall Rücksichter machen können. Mit der Rübe! Hu! Ja! Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Hu! Ha! Das hab ich im Tojo gelernt! War das jetzt mein... Ey, ich will wissen, wie viele Tore ich hatte! Ich glaub, es war mein erstes. Ha! Ha! Ich hab ein Tor geschossen, Tor geschossen, Tor geschossen. Hup! 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 Jetzt ist der Trainer wieder glücklich, aber so richtig. Ja! Tor! 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 Und Gyro! Zwei Versuche, ein Tor. Mann, ist das geil! Ich meine, gut. Ja, das war's auch mit diesem Spiel. Als nächstes kommt das nächste Spiel. Wann, weiß ich noch nicht. Halt, wenn es... Halt hier dran ist. Weil ich mach immer so, wenn das Spiel am Samstag stattfindet, kriegt ihr den Part natürlich auch am Samstag. Für den ist es euch auch schon selber gefallen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen traumhaften Tag und sage auch wieder, geh... Schaut! Bis dahin wünsche ich euch.